Das erste Mal, dass ich eine Waffe trug, um Sheikh Osama zu beschützen, war während des Ramadan. Nach einem Jahr wurde ich der offizielle Leibwächter des Sheikhs. Keiner kannte ihn besser. Viele junge Männer vermissten eine Vaterfigur. In Bin Laden haben sie sie gefunden. Ich war einer dieser Männer. Ich habe bei meinem Vater die Freundlichkeit vermisst. Bei Bin Laden habe ich sie gefunden. Geläutert oder gerissen? Einblicke in das Al-Qaida-Netzwerk und Guantanamo. Ist der Eid, den Sie Bin Laden geschworen haben, für Sie immer noch binden? Nominiert für zwei Emmys. Da muss ich nachdenken. Der Eid. Oh, Alain, der Lebendige, der Ewige. Wende mich zum Guten und lass mich nicht allein. Heute, ZDF Info.